liebe abonnenten liebe schüler liebe patienten und liebe interessierte der homöopathie ich möchte euch heute mein neues programm für 25 bzw auch noch für 24 vorstellen in sachen homöopathie und zwar geht es um ich sage einmal in anführungsstrichen eine ausbildung in dieser ausbildung natürlich ein paar schülerinnen von mir teil aber ich möchte diesen teil der auswesende teilausbildung auch anderen interessenten oder auch therapeuten klienten zukommen lassen so dass ihr die möglichkeit habt meine ganzen arzneimittel bilder in einem zoom noch einmal live hören zu können und mitmachen zu können also ich kann euch eins dabei versprechen ihr werdet auf jeden fall wenn ihr da dabei seid es wenn also zoom sein die immer so anderthalb stunden laufen werden wochentags von 18 30 bis 20 uhr die genauen termine findet ihr demnächst auf meiner internetseite der nächste termin ist am 9 dezember da stelle ich das arzneimittel natrium muriaticum vor und am 18 dezember das arzneimittel phosphorus mit allem was so dazugehört der ganzen symptomatik mit der ganzen psychologie und was dazugehört also wer gerne über sich oder auch über seine mitmenschen mehr erfahren möchte wer seinen wissensstand vertiefen möchte in sachen homöopathie ist herzlich eingeladen an diesen zooms teilzunehmen an denen eben wie gesagt auch meine schülerinnen teilnehmen und man kann dieses programm komplett buchen oder aber auch jeweils die einzelnen tage oder abende die ich vorstelle mit den arzneimitteln es werden die großen arzneimittel vorgestellt wie gesagt natriumphosphor staphysagrae lycopodium kalzium auch die großen usoden medurinum sorinum syphilin und tuberkulin und so weiter und so weiter das öffentlich also für die öffentlichkeit in anführungsstrichen so dass jeder die möglichkeit hat eine reise zu sich selbst zu machen und noch mehr zu verstehen wie man so selbst vielleicht gestrickt ist oder auch sein umfeld jeder vortrag ist fast wie eine einnahme des homöopathischen mittels und hat eine immens hohe energie das kann ich euch schon mal versprechen die mittel stelle ich auch jeweils auf meine internetseite mit dem termin und so weiter und ihr könnt über meine website diese termine buchen der abend kostet jeweils 39 euro und wer das im kompakten bucht also alle zusammen 16 abende erst mal sind es ihr bekommt von mir 20 prozent rabatt auf die unterrichtseinheiten und ansonsten freue ich mich natürlich über eine rege teilnahme und ja freue mich euch dann vielleicht auch mal in einem meiner zooms zu sehen bis dahin wünsche ich euch alles liebe und vielleicht sehen wir uns bald wieder eure angelika lex